Guten Morgen, heute ist Freitag, der 16. August und heute geht's richtig ab hier auf der großen Bühne, wer heute spielt, aber sowas von. Reload! Jetzt hol ich mir das bei einem heißen Getränk im Artists-Bereich. Für euch, Beyond the Bridge! Was geht ab? Reload! Dankeschön! Kommt nach vorne! Heute werde ich mal die Gäste fragen, was sie denn überhaupt zum Reload gelockt hat, beziehungsweise zum Reload lockt. Was ist denn das Besondere für dich am Reload? Das Besondere am Reload ist für mich, dass das einfach wie eine große Familie ist. Die Leute? Richtig gute Vans. Jetzt mal das Reload ausgetastet. Und nächstes Jahr wieder. Was ist denn das Besondere für euch am Reload? Ein super chilliges, kleines Festival. Die Wege sind auch grandios. Also man geht maximal 15 Minuten von den Campgrounds oder von egal wo hier vorne her. Und die Bühne ist, glaube ich, die beste Bühne überhaupt auf dem Festival. Guck dir den Klopf an. Die Leute sind halt mega im Strand. Die Leute sind halt mega im Strand. Das Besondere für mich am Reload ist, dass es noch so ursprünglich ist, wie man sich ein Festival mal früher vorgestellt hat oder was man gerne besucht hat. Hier auf dem Reload, das ist nochmal irgendwie noch eine Nummer familiärer allmählich geworden für mich. Das Besondere am Reload... Das ist dieses Zusammenhalt. Und das ist einfach dieses Familiäre. Macht einfach Bock, hier zu sein. Hier ist ja aufs Neue. Was lockt die Menschen aufs Reload? Ich bin der völlig feste Ansprechpartner. Das ist die Frage. Butter nicht. Ähm, ja. Und das wird super. Das hat mir das alles gesagt. Das ist mein Ru insists.